Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich bin wie immer nicht allein und ja, ihr seht ihn schon. Der Schmidt ist da. Ich bin da. Hi. Na, wie geht's euch? Schön, ich häng ein bisschen ab hier. Und über mir wird gerade die Decke eingeschlagen. Das hört man so im Hintergrund. Hallo. Pam, pam, pam. Der Schmidt ist auch da. So, jetzt, jetzt. Das ist schon unsere Idee am visualisieren. Mega geil aus. Also ich habe jetzt hier im Endeffekt quasi den zweiten Stock, wie wir halt geplant haben, ein bisschen höher gemacht. Dadurch die schräge Decke. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Bei diesen schräg Dächern muss man ein bisschen tricksen. Wie wir vorhin gesehen haben, dann musste ich quasi eine Decke drunter bauen, dass ich quasi dann das Ganze hier drüber bauen kann. Aber jetzt sieht das Ganze so aus und so hatte ich das eigentlich auch geplant. Und von hier aus können wir jetzt auch Treppe nach, äh, Treppe von Treppe von Treppe von Treppe Richtung Baum bauen. Mhm, geil. Wir sehen gerade hier, haben wir noch ein Zwischenfenster. Äh, ja. Oh, da sind wieder Tiere und da könnte man direkt mal Essen besorgen. Hast du was gesagt? Ich sehe keine Gegner mehr. Nicht? Nö, sind schon leck. Hust, hust. Du bist mein. Achso, warte, ich sollte die Axt nehmen. So ein bisschen Tierhaut. Ich habe nur Tierhaut bekommen, okay. Ich bin ein bisschen mager. Ne, finde ich gut. Wie gesagt, Essen haben wir, haben wir glaube ich noch 20 im Lagerfeuer. Ja, achso, ja gut. Ja, haben wir. Das ist also, das reicht fürs Erste noch. Und dann kann ich mich ja mal bedienen gehen. Oh ja. Äh, hier, Tierhaut. Tierhaut. Dankeschön. Ah, warte. Zuck, wieder Essen rein. Ist wieder alles weg. Zuck. Wie ist wieder alles weg? Ah, Tierhaut. Schön. Ähm, weiß. Essen. So, passt so. Ich hätte ja jetzt gerade mal Bock, äh, so einen großen angreifen zu gehen. Die großen, also, hast du wie, hast du noch ein Schwert? Ich habe noch ein Schwert, ja. Warte, ich komme kurz mit Backup machen. Ich muss noch kurz trinken. Achso, willst du mitkommen? Ja, genau. Sicherheitshalber. Na gut. Die sind bestimmt stärker geworden. Die sind gealtert. Die sind weiser geworden. Mhm. Genau. Die können jetzt, äh, den Warnthouse Kick von Chuck Norris. Und Backflip hier. Genau. Ja, craften. Okay. Und wenn die, und wenn die keinen Bock mehr haben, ziehen die einfach ein Maschinengewehr. Oh Gott. Ja, halt hier. Wir können auch gleich mal die, äh, Dingen-Gegner töten. Unsere Nachbarn. Ich meine, besuchen die Nachbarn. Besuchen. Auf jeden Fall, ja. Also das ist normales, äh, Nachbarschafts-, äh, Willkommen-Heiß, ne? Einfach mal töten. Autsch. Einfach immer an den Rücken gehen. Ja, ging doch. Ja, zu zweit ist super. Autsch. Oh Gott. Wow. Oh, da kriegt man ordentlich Fleisch. Ich hab ein Fleisch bekommen. Juhu. Ich hab drei bekommen. Warte. Ich dachte, du hättest noch mehr bekommen. Warte auf mich. Hallo. Äh, hier, GEZ nicht bezahlt. Au. Das war die Rolle. Oh oh, oh oh, guck mal. Zieh dich am besten zurück. Kleinen Viecher noch. Ab ihn. Wer ist noch der Kleine? Okay. Ich glaub, ich hab hier so'n Kadaverhaufen. Ja. Nahrung. Na. Manchmal. 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 Warte, wo sind die Freunde? Achso. Ja, warte. Was sagt denn deine Leben? Ich war ein paar Mal getroffen. Äh, 20% verloren ungefähr. Aber das geht schnell, wenn du Hunger und Ding voll hast, dann... Ja gut, dann lass kurz warten. Ja gut, Durst haben von dich. Ah, okay. Ich warte hier, wir fast schon. Ja gut, ich komm... Ich... Ich komm mal. Ich komm mal ein bisschen schwimmen. Ja, unsere Nachbarn. Oh, Reise abgeschlossen. Andere Verbande finden. Oh Gott, ich greife mich an. Aber ich glaub, sie haben nicht gesehen. Äh, dann lauf ein bisschen hier rum, wenn die kommen. Ich, äh, fang die ab. Ich, äh, fang die ab. Keine Ausdauer mehr. Das, äh, liest man nicht mehr. Au! 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 Kommst du noch lebend da raus? Ja, ich hab Pfeile in mir. Der bugt ein bisschen bei mir rum. Wer fliegt hier? Warte, ich komm mal kurz hier runter. Ich bin jetzt da, wo die, wo's zur Aussicht ging, wo wir eben hoch sind. Äh, warte, komm mal hier. Ach, da hinten bist du. Ja, ich komm jetzt hier drüber, kurz. Was? Äh, oder ist das ein Gegner? Was ist ein Gegner? Na, da hinten ist ein Gegner. Shit! Scheiße! Ja, das ist ein Gegner, pass auf. Du musst im Zick-Tack laufen, der ist mit Pfeil vor dem Bogen. Lass mich in Ruhe. Ich hab nur noch Hälfte Leben. Das geht her. Ein Pfeil ist sehr stark. Hm. Boom, schön gedocht. Wieder Items verloren. Was? Defektes Objekt? Was soll das denn heißen? Liegt defekt hier. Au, au, au. Und kaputt. Lag drauf! Ja, 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 okay, 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 okay. Puh. Ja, das Holz. Ja, ich hab wieder alle meine Werkzeuge verloren, bis auf die... Ja. Der hat mir gerade gesagt, das ist defektes Objekt einfach. Mensch und Fleisch. Ach man, ich brauch wieder Zwirn, das ist kacke. Moment, ich kann hier was machen. Wie viel brauchst du? Zehn. Zehn. Okay. Affe Schwert, ja, ja. Moment. Oh Gott, das hat wir getan. Dann. Jep. Essen erstmal. Äh, ich... Hier. Ne, nicht aufteilen, sondern ablegen. Ja. Ich mach ein paar Übungen. Dann störe dich das. Sit-ups. Okay. Ja, wenn du Sit-ups, machst du nach nem' Energy-Trink. Mensenfleisch. Ja, macht Sinn. Ist n' bisschen schade, ne, das mit dem Verlieren. Haben die? Die haben keine Sachen da unten drin, das lohnt sich eigentlich gar nicht, die anzuta... Die haben Lagerfeuer. Ja gut, stimmt. Die Betten sind ja größeres als wir, die müssen ja angreifen! Wir können ein Bett für dich holen, sagen wir mal so. Hey, du. Oh, Jerm, kannst du kurz ein bisschen mitkommen? Gehen wir kurz in Richtung Höhle, wir kommen nämlich nicht weiter nach. Achso, warte. Ich habe die maximale Bauhöhe erreicht. Oh, what? Ich hab schon tot. Warte, warte, warte. Nicht looten. Jerm, komm mal zurück. Jo. Ah, das ist zu hoch. Ja, dass es eine maximale Bauhöhe gibt. Das ist schade, ja. Aber wenn wir schon hier sind, einfach deren Vorräte klauen. Äh, unsere. Das sieht immer so mega witzig aus, wenn du die Bäume abhackst und dann PAM explodiert das mal und überall fliegt Holz. Ja. So sieht das doch in echt auch aus, oder nicht? Doch, doch. Äh, soll ich noch zu euch kommen, oder? Ah, looten. Na, ist gut, jetzt. Jetzt können wir. Okay. Deswegen werden so viele Leute erschlagen. Oh. 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 verwitterter Schädel. Nein. Nein. Trav kommt zurück. Nein. Lauf nochmal 20 Meter, äh, 10 Meter. Ja, genau so. So, können wir das mitnehmen? Nee. Können wir hier was mitnehmen? Nö. Können wir das mitnehmen? Nee, kann ich gar nichts mitnehmen. Ach, super. Stimmt, ich hatte auch immer so einen Mindestvorrat an Pflanzenfasern. Das ist immer, ja, Pflanzen brauchst du genügend. Hier können wir noch ein paar Tiere töten für Nahrung und für, äh, Leder. Ja, genau. Einfach alles essen, was ich dabei habe. Warte, ich bin Level Up. Ich bin schon voll, also. Oh, mir fehlt noch ein kleines bisschen. Komm. Millimeter noch. Ich habe zwei verfügbare Sachen. Nee, das brauche ich nicht. Zu viel Leder noch. Oh Gott. Haben die Großen eigentlich auch Leder gegeben? Die müssen wir mal weiter bekämpfen. Ich muss gerade ein bisschen husten. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Aha. Das ist leider bei der Aufnahme. Ich muss das auch noch bei der Aufnahme umstellen, dass ich mich, wenn ich mich da stumm schalte. Achso, ja. Kannst du ja eben ein Aufnahmeprogramm einstellen. Mh. Aber gleich ein Notkey nehmen. Ähm, wie lange braucht der noch? Ich habe nur vergessen, dass ich... Äh, Moment. Ich habe nur vergessen, dass ich da eine andere Taste für habe. Ich muss noch wieder was Neues ausprobieren. Äh, ja, kannst du glaube ich wieder machen. Okay. Ich ziehe euch einfach mit. Was hatte ich gesagt, lerne ich nochmal Waffen, ne? Was sag's? Ja, Waffen, Waffen, ja. Soll ich den Schamilzler lernen? Äh, kannst du machen, ja. Aber der ist halt nicht so... Achso, warte... Das ist ein Messer mit Klinge aus Stein, ne? Äh, warte, welches war das? Ähm... Schamilzler? Ähm... Schamilzler? Schamilzler ist ja, so ein kleiner Deutsch ist das eigentlich nur. Es gab noch... Kannst du schon den, äh, Schläger machen? Schläger? Wo ist der denn? Äh, ne... Seid ihr unter? Hm? Ne Reihe drunter. Achso, Schläger. Ähm, ne. Stufe 8... Äh, ich... Was bin ich denn? Äh... Stufe 6 bin ich. Ah, okay. Achso, ich werde ihn da weggerissen. Ja. Und mir ist heiß. Wie kommt das nur hier so in der Füße? Hier ist doch eigentlich immer Kühl. Stufe aufgesetzt. So. Äh... Stärke... Was nehme ich denn jetzt? Belastung? Überleben? Äh, warte mal. Ich kann... Mal grad gucken. Ich hab, ähm... Belastung habe ich höher gemacht. Ich glaube, da kann man mehr tragen. Ich glaube, da kann man mehr tragen. Kann man mehr tragen, ja. Das ist... Also eins mal ein Berg. Belastung. Und den anderen nehme ich mal in... Dehvermögen. Das ist mein Stamina. Größer. Oh, ich bin, äh... Überlastet. Ja, genau deswegen. Wenn du noch eine Feder nimmst, bist du überlastet. Ah, okay. Ich hab, äh... Ich trick's jetzt gerade die... Ähm... Das Ganze hier ein bisschen aus. Ja, genau. Das heißt, wir können an dem Baum bauen. Also wir können sogar den Baum komplett hochbauen. Okay. Machst du da. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Äh... Und zwar kann man... Also man muss ein Fundament bauen und das Fundament kann man am Baum selber anbringen. Achso. Ja, guck mal. Ja. Das sieht ja mega aus. Ich will da hoch. Achso, der passt die Bauhöhe an das Fundament an. Richtig, ja. Ich mach einfach auch noch mal das neue Fundament hin und dann passt das auch. Ich hab dir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Stein mitgemacht. Wieder. Wie geil. Achso, so hast du es gemacht. Achso. Richtig, ja. Und das kann ich hier nämlich dann an dem Fundament... Oh, ich hab keine Ressourcen mehr. Wenn ich Ressourcen hätte, dann kann ich da theoretisch weiter bauen. Achso, ich hab Schwefel gefunden, ne? Eins. Schwefel. Hä, wieso hab ich denn jetzt einen Steinpickel im Inventar? Hä? Ich hab den doch gar nicht da hingelegt. Und der andere... Das ist der neue, den ich gebaut hab. Komisch. Äh... Vielleicht von Dingen? Von vorher? Ich meine keinen gesehen zu haben. Nehmen wir mal das hier rein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lauf. Ja, ich hab genügend... Ich hab genügend Leder. Haben wir noch Holz? Haben wir noch Holz? Äh... Ja. Ich hab 100 nochmal reingelegt und Stein hab mich auch einiges drin. Äh... Schmini, mach du das mal ganz easy fertig, ne? Ja, ich bin fertig. Ich craft schon. Wenn zwar voll voll, aber... Okay, alles klar, das... Ey, die Sache ist, soll ich dann die Rüstung... Äh, den Rüstungsständer hier schon mal hinstellen? Weil ich weiß halt nicht, ob man den wieder abbauen kann. Äh... Dann gibt's ne gute Frage. Ui, 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 ui. Die Kisten kann man zerlegen. Fast grade gestorben. Puh. Bis auf. Ja. Ah, was brauch ich denn jetzt für eine Treppe wieder? Oder sammeln wir's? Ah, jetzt brauch ich wieder auf den Stein. Meine Güte. Okay, ich versuch mich als erstes auf den Baum zu. Komm. Das ist riskant. Warte. Warte mal, warte mal. Mal so. Ah, ich pack einfach gleich alles mit. Jetzt hab ich so viel Bildfleisch. Ich hör auch für mehr mal Leder. Mhm. Ich kann aber schon mal, oder wir können eigentlich alle zusammen mal, je nachdem wie wer Zeit hat, ähm... Ja, Mist. Ein bisschen Rinde sammeln. Ich weiß, dass wir das auf jeden Fall später viel brauchen. Ich komme gerade, wofür das war. Äh, das war nämlich... Äh, das war nämlich... Ich glaub, das war... Was? Ah, ne, gar nicht. Ich war hier. Ich mein, das war die für die Gärberei irgendwie. Da braucht man das innen drin. Ja, die Gärberei. Gärberei oder Ofen? Eins von beiden. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist halt schon länger her, ne? Stimmt, die Frage ist, was soll ich jetzt noch? Ach, ich könnte... Du hast ja doch gesagt, Rüstung oder nicht? Immer ein Rüstung. Oder soll ich... Ne, das Lagerfeuer machst du... Tust du nächstes Mal das Lagerfeuer? Ich habe Lagerfeuer gelernt. Auch. Das große. Das große Lagerfeuer. Achso, bringt das viel mehr? Ich weiß nicht. Steht da dran, ein großes Lagerfeuer. Ne, äh, Tramp, machst du dann ein großes Lagerfeuer dann? Wenn du levelst. Achso, ja, kann ich machen. Ah, es gibt eine Suchfunktion. Ein Turbanohr, weil... Für die Hitze ganz geil, dann nehme ich einen Turban. Und... Stiefel. Wo ist denn hier Werkbank eines Schmiedes? Äh, haben wir glaube ich noch nicht, oder? Achso, das ist das verbesserte Lagerfeuer, heißt das. Ja, genau. Achso, ne, das ist... Ach... Ja, ne, das ist hier mit dabei, genau. Äh, Werkbank eines Schmiedes ist, glaube ich... Ich glaube, das war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Egal, brauchen wir auf jeden Fall sehr viel. Ähm, ja. So. Sagen wir mal... Äh, und zwar wegen dem... Weiß wegen dem Haus noch. Ähm, wie macht man es denn? Weil, sollen wir jetzt noch hier weiter im Haus bauen? Oder sollen wir gleich umziehen? Weil, wie gesagt, ich glaube nämlich den Rüstungsständer tue ich nur nicht hinbauen, weil ich glaube, den können wir nicht wieder abbauen. Ne, den... Den meine ich kannst du nicht abbauen, aber ähm... Ja, ich weiß nicht so. Das... Das liegt ja schon ziemlich nah an dem inneren Teil. Aber wir können halt auch erstmal den inneren Teil einziehen. Ähm... Ähm... Ja. Oder wir bauen einfach... Oder wir bauen einfach so kleine Hütten. Ja, würd ich so machen. Dreh dich mal nach da vorne. So außen passen meinst du, ne? Ja, genau so. Was los? Senkst du, was ich denke, wenn du da hoch guckst? Weiß ich wo? Wo? Hinter dir. Hinter dir. Da hinten. Achso. Ne, ne, ne. Ich meine, wenn du hier in... Nein, nein. Ich meine... Da hoch mal klettern, so. Dann können wir auch... Dann könnten wir uns eigentlich auch mal einen Überblick verschaffen, wo wir hingehen könnten. Können wir aber dann nicht, weil Herr Tramp hier ist. Der kann ja mitkommen. Der muss auch mitkommen. Haben wir jetzt hier... Wir haben demokratisch abgestellt, der muss mitkommen. Ja. Hand hoch, wer gehen will. Ja, ihr seid ja welche. Ich muss erstmal wieder schwimmen. Du willst das auch aus? Auch, gib es zu. Ah. Mach mich zum Admin. Admin das Rater-Passwort eingeben. Äh... Blablabla. Ich glaub, es war falsch. Aber guck mal, unser Baumhaus. Kein Baumhaus, aber das ist voll tricky, dass man da komplett... Ich könnte da komplett hochbauen, ne? Ja, das können wir ja machen. Dann machen wir das hier ja zur Hauptbasis. Ja, klar. Mir ist das egal, ne? Maximale Größe. So. Ähm... Jump was du mal kurz in den Einstellungen noch gehst. Unter Serveroptionen kannst du mal PvE vielleicht einschalten. Weil dann hauen wir uns nicht über die ganze Zeit die Köpfe ein. Ähm... Jo. Warte mal. Hier könnte man ja eigentlich auch so einen kleinen... so einen kleinen Raum hinbauen noch. Sieht auf jeden Fall schon mal echt geil aus. Ich will gleich oben gucken. Gott, der Chatradius... Nein, das ist nicht... Schade. Muss ich mal googlen gehen. Ja, warte mal. Ich will oben gucken. Lass mich gucken. Hehehe. Hehehe. Wie geil. Ich bin mega hier. Ja. Und dann hier halt so vier Stück hinbauen. Doch, ja. Nein, ich meine vier Stück so für einen kleinen Raum oder sowas. Ach so, hier. Ja, stimmt. Ich bin ganz oben. Passt. So, die Foundations sind auch von unten. Okay. Oh Gott. Ja, hier oben ist wieder über die Baumkronen. Da kannst du die... Die letzten. Hinbauen. Äh, genau. Die Aussichtsplattform. Weil hier ist dann wieder... Oh Gott. Na, nicht runterfallen. Komm ich mal hoch und guck mir das auch mal an. Wo bist du denn hochgegangen, genau? Äh, hier auf dem Baum. Warte. Hier vor mir. An dem Baum. Ich versuch mal den. Also ja, genau. Da, wo du gerade geguckt hast. Den hab ich hier. Äh, den hab ich versucht. Und hier... Da bist du ganz hoch, ist die Frage. Weil bei manchen rutscht du runter. Muss aufpassen. Äh, was ist denn da gerade passiert? Okay. Huh. Okay, ich stehe. Das ist aber der höchste hier. Oh. Sieben. 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 Keine Aussaugung mehr. Sieben. Versuch, versuch mal, äh, wenn du den Ausglaub wieder hast, auf dem rechten Baum. Hoch zu kommen. Ich bin grad, äh, versuch grad. Oh, ich lauf grad in der Luft. Ich bin... Jesus. Oh ja. Oh mein Gott. Jesus. Komm ich jetzt hier rüber. Neeeet. Neeeet. Einmal hier runter. Ich glaub das hier ist, äh, nicht Conan das Spiel, sondern Tarzan das Spiel. Ja, ja. Jetzt fehlen noch Lilian oder was weiß ich. Ja. Also grad aktuell zumindest, so halbwegs. Mhm. Aber der hat hier so ein paar... ...Anzeigesachen. Also ich glaub... Oh, runtergeflogen. Hier oben sind nämlich... Und festgehalten. Haha. Wow. Pass auf. Hier oben sind so ein bisschen, äh, ja, grafisch... ...bisschen verzogen. Oh, alter war das knapp. Meist du? Junge, Junge, Junge. Das ist, äh... Das ist cool. Wollen wir mal auf den Berg klettern hinten? Wir gehen zum Berg. Ja. Dann lass aber erstmal, äh, essen, trinken und... Vorbereitungen machen. Warte dabei. Klein wenig weiter bauen will ich noch. Achso, ja, okay. Das passt grad sowieso besser. Es wird grad dunkel. Da sieht man sowieso nix. Mal ahn. Ja. Unser gesamtes Essen ist halb verdorben, weil... ...niemand essen muss. Ja. Ja, das hätten wir sowieso erst mal den nächsten Ausflug machen können. Wir brauchen kaum essen. Oh, jetzt hab ich gar kein Essen mitgenommen. Ja. Ich esse jetzt was. Na, guck mal, wie ich jetzt noch weiter baue. Das ist nämlich jetzt... Jetzt wird's ein bisschen tricky. So, ich geh jetzt noch was trinken und dann mach ich wieder den Abschluss. Okay. Mhm. Das geht immer so ratzfatz. Ja. Wenn's Spaß macht, vor allen Dingen dann. Ja. Ey, das... Das gibt's ja nicht. Was? Steine braucht das. Das ist unnormal. Ja. Mach diesmal schon mal den Abschluss von oben. Das ist doch... Das stimmt eigentlich. Jetzt haben wir das schon. Das ist doch was ganz schönes. So, jetzt schön im Sonnenuntergang. Ja, hoch. Geh außen rum. So, jetzt muss ich hier irgendwie weiterbauern. So, aber hier kann man das ja ganz gut machen, so. Ich mach mal so von außen. Ah, da kamste. Ja, wir sind hier. Ach, hier. Hier seid ihr. Ja, hier seid ihr wieder. Ja, gut. Oh! Ich fall erstmal runter. Was ist passiert? Ich hab grad nicht hingeguckt. Ne, runterhüpfen. So. Gut. Ja, ich stell mich mal ein bisschen weiter weg vom Mann. Ja, ich hoffe natürlich, oder ehrlich gesagt, wir hoffen natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschau und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. So. Gut. Wie viel haben wir? Wir haben schon vier Folgen aufgenommen. Ja. Na gut. Mal gucken, ob wir noch hier. Wie viel machen wir noch? Ja, das ist die Frage. Weil, ja. Essen. Wenn man jetzt zum Beispiel Kommentare kriegt, das ist nämlich das Problem. Wenn man Kommentare kriegt mit Tipps, dann kann man erst nach zwei Wochen darauf eingehen. Ja, das ist ein bisschen los. Ja. Oder wir machen hier tatsächlich mal eine Pause. Dann machen wir Pause, machen wir mal. Weil wir haben jetzt schon mal, also wir haben, wie lange haben wir aufgenommen? Zwei Stunden? Wir haben zwei Stunden aufgenommen, genau. Wir haben jetzt sicherlich auch nochmal vier, fünf Folgen. Das sind teilweise sogar Richtung sieben, acht Folgen. Ja, dann wärs ja besser aufzuhören. Ja, ja, lieber. Ja, bei uns ist ja sowieso schon zu spät. Immer zu viel Produktion. Immer zu viel. Ja. Ja gut, dann äh... Ja, gut. Erst, ich will erstmal hier runter, das ist mir ja zumindest sicher. Ja, ich will hier auch. Erstmal hier runtergehen und erstmal wieder runterfallen. Farm. Ich hab grad auf die Uhrzeit nochmal geguckt. Achso. Und hab dann nochmal geguckt und ging dann auf einmal da. Hab ich direkt erstmal Leertaste gedrückt. Oh, Schwefel. Tatsache. Für dunkle Rituale erforderlich. Oh oh. Puh. Nein. Wie zu machen. Ich lande mir auf die Tür. Äh, die kann man zurück ins Inventar nehmen, wusste ich gar nicht. Was sagst du? Kann man zurück ins Inventar tun, die Sachen. Also die Tür. Man, manche, ja. Disable Autocloss. Die waren leider nicht. Ich hab immer Auto. Disable Autocloss. Was brauch ich denn für ne Treppe? Oder brauch ich 35? Das braucht immer so viel Stein. Äh. Hm. Cool. Cool. Ich wollte ja eigentlich abschließen oder ausschließen. Äh. Nur Testweise. Also, ne? Ah, ja, 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 ja. Ja klar, was denn sonst? Bring mich zum Wasser. Äh. Der will mich nicht auf den Rücken nehmen. Wo habt ihr eigentlich immer Stein abgebaut? Hier rundherum. Äh, hier warte. Äh, komm mal mit, Tramp. Ich hab mein Stein von dahin. Oh, Mist. Ich steck im Stein fest. Also, bei den, bei den Felsen, die du hier rundherum hast, da liegen die meistens rum und zwischendrin teilweise. Ach so, ja. Hier sind manchmal meist viele Steine. Muss halt aufpassen, dass, äh, da oben sind nämlich Gegner, dass sie nicht getriggert sind. Ähm, ja. Ja, okay. Dann würde ich dann sagen, mach mal ne Pause, oder? Zurück. Genau, hier. Weg bin ich. Oder nicht? Ich bin schon weg. Warst du, bist schon raus? Ja. Ach so, ja, gut. Was passiert? Okay. So schnell kann das passieren. Gut. Wenn ich dir jetzt mal was essen, die Woche auf. Schon ne Zeit. Und, äh, ja genau, wegen Seven Days. Immer halt, äh, wenn ich wieder da bin. Ja, dann, äh, auch kurz in die Küche. Ähm, wie lange das überhaupt braucht so ungefähr? Und dann hab ich so ein Zeitgefühl, wann ich wiederkommen sollte. Zwanzig? Fünf Stunden? Ja gut, das passt. Bin mir ganz recht. Ja, okay. Ja, dann, äh, bis, äh, gleich. Ja, genau, bis gleich. Ja, genau, bis gleich. Tschaußen. Ja. Äh, hä? Och. Und, äh, äh, we 된 den Typhär comport. Und, äh, mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.